Es stinkt bis oben in die vierte Etage, alles was hier auf der Straße ist, es ist wirklich schlimm, es ist wirklich schlimm, vor allem was ich so schlimm finde, ist dieser Mülltourismus, dass die alles durchwühlen, Sachen mitnehmen, wie jetzt die Dame da, die können sie gleich mitfotografieren, und sonst hier, ich finde das einfach schlimm. Es stinkt gewaltig. Und wonach stinkt es? Nach Müll, nach Morda. Die brauchen die Armee. Also wenn die Sonne drauf scheint, finde ich schon, dass es ganz gut stinkt, ja, aber die tun ja alles, damit es wegkommt. Jetzt hat es gemuffelt, jetzt stinkt es, aber auf der Straße selber erstmal nicht. Von daher, aber wie gesagt, im Hausflut, im Keller wird es also jetzt unangenehm. Ja. Eigentlich unerklärlich, erst hat es ein bisschen gemuffelt, und jetzt fragt man sich, woher kommt der Gestank? Ja. Do you think that the smell is bad here? The smell is bad, the flies are getting really bad. Ja. We have a klein garden in the near, that was completely flooded, so we completely rinsed everything out, but everything that was in contact with the water is contaminated. Ja. Geht schlimmer, ich kenne das schon anders. Bei dir stinkt es schlimmer zu Hause? Darauf möchte ich jetzt nicht antworten, aber nein. Es wird immer schlimmer, also in höchste Zeit, dass was getan wird, dass das abgeholt wird. Also, man sieht auch keine Autos auf der Straße, dass überhaupt was getan wird, ich weiß nicht, wo ich stecke. Also in der Uwe, es muss jetzt in höchste Zeit, dass was passiert. Also ich finde, es riecht überall gleich, egal wo man ist, ob man in Mauritz, in Handorf oder in Kinaus ist, da sieht man, dass alle gleich sind. Finden Sie, es stinkt, Münster stinkt? Es stinkt. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. laus